Ich fand aber die Schleicher, ich fand die Schleicher, Alter, ich flannte, ich krieg's nicht gepackt. Halli, hallo, hallö und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, meine lieben Freunde. Weiter geht's hier mit der Schlitzer 3 und ja, mal gucken, wer der Schlitzer ist. Auf jeden Fall mit dabei ist der Agrokolb. Hallo. Der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Nero. Hallo. Der Maxi. Hallo. Und Chris Play. Was hat er gesagt? War das jetzt gerade Chris Play? U-Bahn. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Schlitzer 3. Mal schauen. Ja, schön auf einer Yacht. Ja, ich hab euch mal eingeladen, ne, also das ist meine Yacht jetzt, ne. Ihr könnt das gerade mal rausgefahren. Gabax wieder, Gabax wieder. Und ich dachte mir, dann mach ich mal das Licht aus und mach ne schöne Party. Aber Gabax ist hier, Gabax, Gabax hat sich die, genau, MC Onkel. Nee, Gabax hat, Gabax hat sich die letzten zwei Folgen. Oh Gott, wie hässlich. Ich wär dafür, dass es zwei Schnitzer gibt. Gebt nicht. Ach nee, geht ja nicht, scheiße. Chris, mal, er hat den da nicht angenommen. Gott. Ich hab mir gedacht, lass mal, lass mal den, Chris. Nee, also ich weiß nicht, ob ich grün ihn, das ist nicht sehr gut. Und da fand man auf. Brain. Brain of car. Was? Und Geld, du musst rüber. Warum krieg ich denn wieder einen auf den Deckel hier? Das gibt's doch gar nicht. Du warst doch zuerst da. Ja eben, ich war doch da dritten. Das ist doch scheiße. Guck mal, musst. Jetzt verhäst. Ja. Was tut das? Das hängt. Das wackelt. Was tut das? Der Kontrast ist hochgegangen. Jetzt geht er wieder runter. Und es geht los. Ich hab irgendwie scheiß Paar. Ich hab eine Warte. Ich hab mir schlecht. Da ist sie gegangen. Wer war jetzt der Schlitzer? Chris, ne? Ich hab jetzt Hunger, ich geh jetzt erstmal in die Küche. Nur so nebenbei. Erzähl doch einfach, wo du hingehst. Warum hab ich eine Warnweste an? Vielleicht bist du ein Bauarbeiter? Ach stimmt, genau. Du wolltest eigentlich hier meine Yacht streichen. Ja, dann hab ich dich einfach mit eingeladen. Hab ich gesagt, ja, kannst du ja mal mitmachen. Weißt du, was ich lustig finde? Ich bin der Bauarbeiter. Wo ist der Cowboy? Warte mal, ich bin's nicht. So, wo geht's? Ich bin ein Mechaniker. Das wäre schon ein bisschen scheiße. Elektriker. Ach, Leute, macht doch mal die Taschenlampe aus. Hey, ist das ein Messer oder ein Merkleid? Junge, Messer oder Merkleid? Ich knüppel dich nieder. Was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, wo's wie lang geht. Ich verlauf mich auf meiner eigenen Yacht. Doch, war nicht. Gibt's denn einen anderen Weg? Oh, hier gibt's irgendwie, mir kommt so vor. Oh, Leute, ich hab doch nicht gekonnt. Das versteckt mich da, wie so. Mach doch mal die Taschenlampe aus, man. No chance in hell for the rescuers of the... Wie, wie heißt der hier? Ich geh jetzt n' scheiß aus. Ich bin weg. Oh, was haben wir denn? Ich hab Angst. Eichelpilz heißt ich, ja. Ach, guck mal, hier. Das sind meine Gästezimmer und da versteckt sich irgendwer. Guck. Da versteckt sich jemand in meinem Gästezimmer. Ja, und hier ist mein, äh, Büro. Ey, sind wir überhaupt auf der gleichen Map? Gäste. Ja, du musst wissen, meine Yacht ist, äh, mehrstöckig, weißt du? Mehrstöckig vor, die Schlitzer. Was ist los? Schnauze. Wo ist er denn? Oh, es geht so, du bist, du bist, du bist so, du bist so, du bist so, du warst. Aber, aber, Schlitzer, Schlitzer, bitte zerschieß nicht meine teuren Vasen. Wo ist denn der kleine Scheiß, äh? Nein, da ist die Schütze, Schlitzer. Da, Schlitzer, was da, ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl, dass ich wieder der erste Wind da dran ist. Obwohl ich eigentlich alle anderen die Taschenbeinahmen, der erste ist, der glauben muss, er wäre denn schon tot. Das ist der liebe Onkel mit der Kugel in den Mund. Das hast du mal schön, du hast, äh, ist denn das? Ich könnte eigentlich nur, ich weiß, wo ihr seid. Geh weg, ich verstecke mich vom Schlitzer. Hier wollen wir stehen. Vom Spritzer. Vom Spritzer, äh, nein, Schlitzer. Jojo, dort. Spritzer, wo? Oh, die Kissen wären doch ganz nass hier. Vom Schwitzer. Wo sind wir denn? Der Schlitzer. Der Schlitzer. Da ist er. Kein Scheiß, nein. Der Schlitzer, der Schlitzer, der Schlitzer. Ich treffe dich heute schon mal. Schlag dich. Lauf doch zu, lauf doch zu. Nein. Alter. Mach Licht aus. Lebst du noch? Ich bin, nein, ich bin tot. Ich bin, nein, ich bin tot. Oh, fuck nein. Lauf. Lauf. Ich bin einfach über die Bande gesprungen. Lauf. Lauf. Lauf, Forrest. Lauf. Ich bin vor Schreck einfach über die Bande gesprungen. woche ha ha jetzt geht wo ist der Schlitzer der Kabel warum steht sich denn Ruhe du links ist rechts der Schlitzer war hinter mir wo ist er wie sieht der jetzt eigentlich aus was hast du für ne Maske auf? nicht, ist egal hey 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 rechts 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 NEEIN! NEEIN! aber ich hab noch gekriegt aber ich musste genau nachladen Runde verlieren Display Schalte das war natürlich Glitzer 4 oder was? Glitzer 4 oder gehts nochmal? ah nee jetzt ist nochmal ach stimmt es gibt ja mal 3 Runden ja ich hab's vergessen tut mir leid bleib ich jetzt Schlitzer oder ist jetzt jemand anders? naja jetzt kommt der Schlitzer jetzt kommt der Schlitzer jetzt kommt der Schlitzer jetzt kommt der Schlitzer ich bin der Schlitzer glaub ich ja der Schlitzer Schlitzer wo ist der Bleistift? wo ist der Bleistift? hey Digi dein Auge hängt runter Anspitzer! ne doch nicht bin ich der Schlitzer ne doch du bist der Anspitzer ich krieg euch ô jöööö的 we吃 settings der wo sind war denn jetzt wieder? rapiker ich verschrieck immer wie komm ich denn da hoch? mach die Tasche noch raus scheiße auja als würde es sich wirklich irgendwo verstecken mach die Tasche noch mal raus was ist das denn, okay cool wer ist denn jetzt der Schlitzer? ich nicht mach deine Tasche lampe aus对 er ob er dort sein ich bin geöffnet was soll es jetzt gesagt dass ich nicht so nein ich bin das was sagt es ist ich bin auch nicht der Schlitter die Kuh wie hektisch auf einmal wird ich bin gerade wieder und es ist so schön es tut Motiviert so wie wir Prozent alles geht doch ab das ist das Wort blicken das ist ein der Schlitzerin der Schlitzerin die 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 ach geht es hier gar nicht weiter oder was? It's a me schlitzer Nein du siehst mich doch ich wusste es aaaah Scheiße wie man einfach nur den Schrot an der Wand hört Klümpel an der Wand an der Wand ja tot an der Wand dhydhydhydh Stich vor über die weh 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 Gau mal ab Alter hab er aus Lauf Lauf Er kommt feilchen Richtung Oh Was ist hier los Tadaa Hä? Ach Leave the water Schluck Ach ha 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 hat er ihn gekriegt ey Schluck Euro TTT auf dem Boden das ist kein Neues Spiel, das wir wissen, wer wer ist Halt! Wir töten uns einfach so und versuchten! Next one! Wer ist das? Alles klar, Agro ist es! Ich fand aber die Fleischere... Ich fand aber die Fleischere... Alter! Ich fand... Ich krieg's nicht gepackt! Ich fand die Fleischerei am atmosphärischsten! Auf jeden Fall, ja! Wie schleicht man jetzt eigentlich nochmal? Äh, bei mir ist Steuerung! Auf Taster drücken! Gedrückt! Einmal Drehauf drücken und dann schleißt du! Brauch ned! Wo geht's denn hier weiter? Wer schießt da? Der Schlitzer! Alter! Ich hab recht, alter, das Akku! Finishing geben! Scheiß, Taster hat gehungen! Wie komm ich denn da hoch, Kollegas? Da oben, wer läuft da? Was? Das bin ich? Wieso? Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkomme auf die... höhere Ebene! Wie komm ich da hoch? Mit einer Trance vielleicht? Der sieht mich nicht! Geil! Ungefähr in den Maschinenraum unten irgendwo lang? Ich weiß nicht, wie gut da ist, das ist mir... Ja, du bist du! Die alle unten hängen! Musst du raus! Oh nein! Nicht runterfallen! Mach mal! Ich weiß nicht mehr, wo ich lang gehen wolle! Gucken wir mal! Wie soll ich denn hier wegkommen? Copy the Emake! Ach hier! Okay! Habs! Da ist er! Da ist er! Auf dem obersten Stockberg pimmelt er rum! Ja, Agro, ich weiß genau, wo du gehst! Der soll nicht pimmeln, der soll Leute töten! Ne, auf dem obersten Stockberg ist er hier oben grad in die Yacht drin! Der müsste jetzt eigentlich auf dem Weg nach Ohne sein! Da klopp ich dich um! Du Sau! Da klopp ich dich! Ich hab mich erstmal schön erschreckt mit der Taschenlampe! In die Augen! Boah! 10.720 geklickt! Was? Hast du dich schön erschreckt? Schlitzern? Ja! Nice! Also grüner Aufe! Also ich dachte erst, das wäre ein Kollege und dann sehe ich so, hm, pinke Waffe, hm, das klappt nicht! Okay, aber ich würde jetzt was sagen, dass wir mal von dem Schlitzer mal wegkommen, oder? Ja, schick dir das! Aber nicht doch Schlitzer 4 und so? Ja, noch mehr Schlitzern. Ich muss ein bisschen nennweilig, muss ich sagen. Ne, 4 und 5 Viertel ist noch. Wir haben 3 gemacht. Ach so, wo ist es kommt. Genau! Ja, aber es wird langsam langweilig, oder? Vielleicht gibt es ja eine schönere... Komm, mach weiter! Was gibt's denn da? Äh, Angriff und Abwehr! Ach, guck mal! Guck mal, was ist denn das? Angriff und Abwehr, das klingt doch gut, oder? Ja, ich bin von Abwehr 2. Echter Schlitzer 5, guck mal, das ist in so'n, so'n Anwesen. Nein, die Fleischerei war geiler. Ich kann nichts mehr machen. Angriff und Abwehr, ja, wenn sobald eine gewisse Anzahl abgestimmt hat, kannst du nichts mehr machen. Ja, ich glaub, es hat 3 oder sowas, 3 pro, äh, gedöhnt. Ach so, so, denn Kontrollpunktrennen zwischen... Ach so. Was? Okay. Dut, 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 dut. Kontrollpunktrennen zwischen Paleto Bay und dem Chilliard Mountain Naturschutzgebiet. Die Läufer müssen die Kontrollpunkte in vorgebender Reihenfolge passieren, während die Blocker sie verfolgen und auf jede mögliche Art versuchen, ihren Läufern zum Sieg zu verhelfen. Sicher? Was? Da ist ein dickes Auto. Was? Was hat er gemacht? Das klingt jetzt nur nach 3-Gruppierungen irgendwie. Also nach denen die fahren, nach den Helfern und nach den Blockern. Es steht 4 Teams. Geil, jeder für sich alleine. Blocken, fahren und angreifen. Mach alles. Jetzt wär's wieder gut, wenn wir alle wärmen, weil dann könnten wir 2 Teams sein. Ja, 3 Teams, ich hab's gewusst, Alter. 1, 2, 3. Alles klar, ich bleib hier. Ich find's gut. Okay, was haben wir denn hier? Oh, den Onkel. Oh, du Penner, Alter. Boah, du bist so ein Treuer. Scharschütze, Militärschütze. Es gibt einen Läufer und einen Blocker. Das hab ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Ich mach einen Blocker. Nero. Oder? Was willst du machen? Was kannst du besser, Onkel? Mach ich Blocker. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Mach mal ruhig. Ich weiß nicht, was ich machen muss. 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 Ich will Fahrer. Okay, dann mach ich Blocker. Bereit. Heißt du, ich muss ein Chaser oder was oder wie oder wo? Ach so. Chrisplay kann natürlich auch fahren. Ich nix verstehen. Ich hab's auch nicht verstanden. Was? Gut gemacht. Ich glaub der Läufer muss fahren. Ähm. Ja und der auch einer schießt da der, was auf die Relf oder weh. Der andere der muss irgendwie eklagen. Oh. Oh. Ich bin Holland. Du bist in diesem Team, ich glaub, ja klar. Muss ich jetzt fahren? Was? Hä? Ich kapier, Alter. Ist doch jetzt so. Hä? Oh, scheiße. Falsch Richtung. Chris. Ach so, deswegen haben wir verschiedene Autos. Der ist, oh fuck. Er ist der Blocker. Du musst mit deinem orangenen Kahn, musst du die anderen aufhalten. Und ich muss das versuchen. Okay. Hast du kapiert, Garco? Du musst auf die anderen. Genau. Du musst die anderen zerstückeln. Alles, was nicht pink ist, wird weggeklatscht. Du musst die Youngrider alle kaputt machen. Okay. Vielleicht bist du in der Trauerkommung. Wo ist denn los? Ach so, ich bin der hier. Ja, ja, Alter. Fail. Boah, geh mal weg. Weg doch. Weg. Hm. Nero. Ja. Au. Los geht's. Boah, ich hasse Bäume. Ah, Garbax, WhatsApp. Äh, nein. Pass auf, da kommt Jug. Ach so, du musst mir helfen. Ach so, ich brauche Hilfe. Du willst eigentlich. äh, mir helfen. Na, oder die anderen kaputt machen. Na, oder die anderen kaputt machen. Ja, aber. Äh, wer ist eigentlich schämen, wenn er weg ist? Ich hab hier grad so, ich hab hier grad so einen pinken Ars am Arschen. Ich bin was? Ob du dabei sehst? Ob du dabei sehst? Das ist du dabei. Ich versteh dich nicht. Tut mir leid. Ich spreche auf den Weg sehst. Der weg. Der weg. Der weg. Oh nein, ich bin unten. Nein, 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 nein. Nein, scheiße. Komm ich da jetzt wieder hoch? Reik muss, also ich muss äh. Alter, ist der langsam hier. Musst du den Bike lang fahren? Ach den, ach so Weg. Der Weg. Okay. Ja. Scheiße. Volle Pulle. Nein. Mach keinen Scheiß. Äh, toll. Ich häng am Stein fest. Äh, Agro, 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 ich brauch Hilfe. So, bitte. Boah, die kacken sich da hinten. Die kacken sich. Die kacken sich. Ich bin ja ganz alleine. Chris fickt mich hier. Und Agro hilft mir nicht. Agro hilft mir nicht. Agro ist eingeschlafen. Hast du gemerkt? Agro ist eingeschlafen. Was? Agro, ich brauch Hilfe. Chris macht mich fertig hier. Aber was ist das? Was ist das mit was? Wo hängst du? Ich komm nicht weg, man. Aber was soll ist denn hier jetzt Aufgabe? Wir müssen, also wir Lowrider, wir müssen die Checkpoints ab. Ich explodier gleich hier. Nein, andersrum. Wir Lowrider müssen die Checkpoints sacken. Guck mal lila an. Mach mal lila kaputt. Geh weg da. Rosa, Rosa, gib mir die ganze Zeit auf den Sack, aber Chris Place nicht. Na, ich mach den Gamax hier kaputt. Achso. Der ist schon der Dampf schon gleich. Ich versink hier die ganze Zeit im Sand. Ich komm hier nicht so ran. Welche Farbe ist denn? Muss ich das Auto zurücksetzen? Ja, ich setze das denn zurück? Wenn dann Jag mal pingt. Benutzt du Kontrolle? Nee, Maustaste. Wenn dann Jag mal pingt, weil die sind... Naja, ich bin auf dem Weg. Acht von zwölf, Alter. Jetzt geht's weiter. Onkel, wen hast du bei dir? Läufer oder... Ich hab... Was? Läufer oder Blocker? Der bei dir in der Nähe. Blocker, da geht man die ganze Zeit hier auf den Sack. Okay, ich komme. Nero, das machst du gut. Ja, genau da lang. Hast du hier die Kontrollbeuge? Boah, der... Der kommt, der kommt! Boah! Ich hab immer noch die Schnauze angehoben. Mir ist langweilig. Aber Lila hat gleich gewonnen. Das ist voll langweilig. Jetzt haben wir es ja erst mal gecheckt. Was? Was? Pink? Ja, Pink machen... Pink hat schon 11, guck mal. Und der fährt da sonst wohin, ey. Und Gabax ist nach Höchstleistung 2. Ja, aber der Chris mich hier die ganze Zeit gejocht hat, ey. Das ist ja cool, das war... Jetzt häng ich hier schon wieder fest, verdammt. Jocht on the way. Wie soll ich denn da den noch kriegen? Der ist doch schon... Du bist schon Läufer, Onkel, gell? Ja, ich glaube, ich glaube, ich häng hier fest. Komm, wir dann raus. Ich glaube, wir sollten das noch mal neu starten. Äh, da hat er gewonnen. Juhu! Ja. Von Ihrer! Ah, gut, diesmal tauschen wir, ne? Sehr gut, ja. Okay. Meine Front. Ja, bis da mal gecheckt, wie das funktioniert, ja? Ja, fehlen. Einer fährt, der andere kloppt. Okay. Der gewinnt. Ja, schön von mir. Na, wohl, wir sind... Wir sind zweiter Platz. Eigentlich können wir jetzt uns sehr zu beschweren. Von dritter. Weil ich Gabax schön in Zaumür halten ab. Irgendwo im Busch. Am Strand. Von hinten. So, nochmal. Wiederholen. Ja, bin immer dafür. Guck mal, da gibt's auch Angriff und Abwehr 4. Abwehr 1, 3, 5. Vielleicht sollten wir erst mal mit 1 anfangen. Ich glaube, das wäre das Beste. Wir wären jetzt direkt mit 3 oder so. Ich mach jetzt, äh, was tut jetzt meine Leute... Achso, wer geht das mit mir ins Team? Weiß ich, komm. Okay, machen wir erst mal mit. Wir sind gleiche Teams, der Humor. Ja, ja, nochmal und dann halt nur Blocker und so tauschen. Ein Humor. Schaffen wir jetzt ja noch einmal und dann können wir auch... Ja, ja. Da ist die VG, fertig, ja, jetzt schon bei 18 Minuten. Genau. Und dann können wir auch alle ins Bett gehen. Was, was, was? Was ist das? Im Bett, weiß mehr. Was ist das? Das ist das? Das ist das, 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 das ist das. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Bett steht ganz weit weg. So, okay, ich bin wieder mit Chris Bates, äh, Chris Bates. Nee, ich bin jetzt mit Chris Bates. Ah, nicht der Ocke. Blocker, automatisch. Ich geh jetzt mal Blocker. Da würdest du Läufer oder Blocker sein? Na gut, da mach ich Läufer. Scheiß drauf. Okay. Aber man kann auch klassisch nehmen. Akro, was du machst, weißt du, ne? Da muss ich Blocker. Ja, ich bin Läufer. Ich will auch mal Läufer mal ein. Ja, einfach die, äh, Dinger abfahren, ne? Der Kreuzabfahrer, okay. Das ist das scheißegal, ne? Dieser schwule Chat nervt sowas von krass. Das kann man so schön als Thumbnails nehmen. Oh, ich bin pink. Warum sind wir echt grün? Boah, wenn ich die Fresse schimpfte, wird was ganz komisch. Äh, Nero, gib du Gas. Ich glaub die weg. Und Vorsicht, die Checkpointe, die sind ein bisschen wieder gelb, ja. Bringt nix, wenn wir uns wegrammen, ihr Vollpfosten. Mir doch egal. Bitte weg. Alter, kommt mal klar, ihr Luis. So, ich hab mein Treppe. Boah, die Karre, die hat ja auch ne Beschleunigung, ey. Danke. Ja, vor allem rutscht die mega. Nero, gib Gas. Ja, super. Du hältst leider. Ey, chill doch mal, Diggi. Boah, Alter. Macht er die Neutranten kaputt hier? Das ist ein Spiel. Nero, was machst du? Nix, ich hänge hier. Wollte den Leer ane, Onkel. Nur auf die Leer ane gehen. Kommst raus. Ja. Eine scheiß Karre. Komm, Akko, schön fahren. Fahr. Ja, ja. Ich bin völlig mit der Beine hingeblieben. Ich bin mit der Beine. Ja, ich muss zu Gas geben, weil da eine Schatze ist. Bleib schein, mit Traum, und erinnert sie nur. Komm, guck halt, sind die Rückspiegel. Hau schnell weg. Niemand ist hier, bringt Spiegel. Wo ist denn jetzt hier? Warum seid ihr denn alle da vorne? Meine Karre, mir kommt so vor, als fährt ihr hier mit Handbremse. Hau schnell auf. Alles klar, ich bin Beyblade, Junge. Was stimmt denn mit dir nicht, Nero? Oh, Jump. Mit der übelsten Geschwindigkeit. Oh Gott. Oh. Habt ihr euch gedacht? Nein, schicke fest. Klick sich vorbei wie ein Aal. Kenn ich nicht. Ich komme, wie du bist. Nero. Wo bist du? Nero. Alles klar, ich muss den Scheiß erst mal. Ich bin mit auf der Straße. Aber wer ist der Scheiß? Der ist. Wo sind denn die anderen jetzt? Ich kriege den Autogramm. Oder auf den Doxy. Ach, Chris. Ach, Chris. Da, der Chris. So was wird mal ein Bremsen. Oh, der Pflichter. Ja, ja. Ja, danke. Aber Chris, mach dich vor. Ich hab hier, ich hab hier Aggro. Ja, ich hab hier zwei, die mich hier penetrieren. Du hast gesagt, ich soll auf Pink gehen. Ich bin auf Pink gegangen. Das Bremsen klappt so super. Nein, ich häng jetzt fest. Los, nix. Scheiß, nix. Ah, du Scheißvieh. Ich häng jetzt, ich scheiß grabenfest. Wir brauchen auf jeden Fall Lila, Onkel. Geh weg, geh weg. Ich hab Lila. 3, 2, 1, 1. Ich blöcke ihn gerade schön. Wahnsinn. Danke. Aber die sind auch so weit vorne. Jetzt hat er den auch noch befreit, der Blödmann. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Wenn sie vom Pink genervt, Alter. Das. Ich bin weg am Arsch. Nicht anschieben. Nur sie, die mussten zur Straße ran. Danke, danke, danke. Ah, shit. Na, haltet mal Lila auf, ey. Komm gar nicht hinterher da. Onkel, neff mich net. Du schiebst ihn ja mal an, das ist das Schwachsinn. Onkel, ich weiß, wo du kommst. Du schiebst ihn ja mal in die Checkpoints rein, anstatt weg von den Checkpoints. Eine Seite hinten rein. Oh, mein Noxy, was machst du denn, du? Oh, mein Noxy, was machst du denn, du? Oh, der Onkel ist wieder rein. Agro, wo bist du? Jetzt haltet ihn doch mal auf, ey. Ich bin hinter euch. Ja. Wir blöden doch gerade, wir blöden. Okay, ich hab's schon aufgeholt. Scheiße. Ja. Sehr gut. Ja, tschüss. Das ist nicht kröchend. Ich hab's nicht kröchend. Das ist nicht kröchend. Du bist weg. Mich hat hope, sie helfen doch nicht. Wir müssen den grünen. Ich helfe uns. Wir müssen, wir müssen hier diesen grünen da weckriegen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Es ist der Popel der Gesellschaft. Noch drei, da schaffe ich. Und ich sag, ich gucke für einen Blocker. Danke, der war's richtig nice, ey. Einer rammt mich um und der andere stellt mich wieder hin. Oh nein! Das wird dich erstmal außer Gefecht setzen. Sehr schön, Agro! Sehr gut! Halt den Pinke auf! Die Pinke! Ich wüsste nicht, wo es lang geht. Der schiebt dich. Also die Karre wie verbeult hier ist. Warte schiebt dich, schiebt dich noch ein bisschen nach vorne. Nero, wo bist du? Ich schieb dich noch ein bisschen nach vorne, zack! Karre kaputt! Ja, auf jeden Fall, so ist es gut, okay! Vako, wie sieht das aus? Illegaler Nitro! Ja, noch, ey! Checkt voll, komm! Sehr gut! Oh man, ey, da kommt man nicht hinterher. Komm, Fafa, hol dir den noch, dann schaffst du nicht mehr. Block Orange. Ich hab' mir noch gut, die beiden Pinke sind vorne. Ja, fahr die nach. Das ist das Problem, ey! Ich kann dich nicht mehr... Scheiß Fußgänger! US-Fußgänger! Wir haben sich hier überschreitend hundert Mal! Sehr gut! Scheiße! Määäh, meäääh! Aber ganz gut, komm, gewonnen Winten! Das war schön! Ja, der Part ist auch so langsam mal am Ende! Aber du Nox! Ist jetzt hier noch eine... War das dritte Runde? Ja, ist egal. Alles klar. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Wie immer alle verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss.